Die Autokolle sind zwar eingeschränkt, aber sie können ihn mithilfe ihres Scanners anweisen, einfache Aufgaben auszuführen. Ja, liebe Leute, wie mache ich das jetzt? Arbeite für mich! Oder muss ich zur Tür? Ich finde das schön. It's a future auf jeden Fall. Schon Kekse gebacken? Ne, tatsächlich nicht. Und ich glaube, Kekse backen wird dieses Jahr auch nicht mehr passieren. Die Farbe finde ich cool. Es ist ja auch vollkommen in Ordnung. Helium-3 kann als Dreischof verwendet werden. Kommt auf der Erde, bin ich vor, aber recht viele auf andere Planen. Echt? Ach, das muss man. Und das Beste ist, es wird beim Verbrennen in Glaubwasserstoff und Sauerstoff verbreiten. Also krass. Kann man das nicht nachstellen? Gar nicht mal so krass. Das ist wirklich nicht katastrophal, Iris. So, ich würde gerne, ich glaube einfach, wir müssen mal, ich werde hier mal kurz einen neuen Spielstand kreieren. Und werde diesen Spielstand laden. Es kann auch einfach nämlich sein, dass wir hier gerade einen Bug haben, sowie auch wieder die Prozentanzeige, die uns beim letzten Mal eigentlich gesagt haben, wir haben schon 69 Prozent. Die sagt uns gerade wieder, wir haben erst 65 Prozent. Es wäre auch schön. Seine Protokolle sind zwar eingeschränkt, aber sie können ihn mithilfe ihres Herrn das anweisen, einfache Aufgaben auszulehren. Ja, there we go. There we go. Okay. Wir sollten natürlich nicht in die Bubbles rein. Da hinten ist irgendwie... Wir können die Köpfe einziehen oder uns ihnen stellen. Wir müssen nur gucken, dass wir vielleicht nicht einen Weg durch diese, ja, durch diese Felder eben nehmen. Weil die leuchten nicht nur so schön, einfach weil sie schön leuchten wollen, sondern, ja. Genau. Da kommen noch mehr. Ja. Was haben wir denn hier? Es ist ein ganz komisches Gewölbe. Es wirkt halt sehr minim... Hier kann ich rein, ne? Also ich... Ganz ehrlich, mir erschließt es auch nicht. Gab es das auch echt einfach nur, um zusätzliche Hindernisse zu generieren? Überreste. Blut. Ich bin trotzdem... Ja. Ja, ich weiß, Iris. Ich weiß. Aber du wirst das schaffen. Du wirst das schaffen. Solange du irgendwie nicht das Gefühl hast, dadurch irgendeine Einschränkung zu haben. Also wirklich so eine gravierende Einschränkung. Hier hinten ist nochmal eine Konsole. Auch für einen Beobachter. Das heißt, wir brauchen erstmal einen Beobachter. Das ist die Frage, wo wir den gerade herkriegen. Auffällig ist auch hier, dass hier ganz viele Sachen sind. What the fuck ist das? Ist das ein Future? Ah, wer weiß, was das Schönste mit der Runde ist. Okay, warte mal. Ähm... Ich glaube nicht, dass wir hier fertig sind. Es ist halt schade, dass wir... Wir haben eigentlich eine Relikt-Konsole immer dabei. Aber die kann uns leider nicht helfen in der Hinsicht, ne? So, dann müssen wir uns erstmal suchen, wo wir einen Beobachter für uns helfen. Bist du eine Konsole? Kann man dich kaputt schießen? Nein, kann man auch nicht. Also, es gibt so Dinge, die ich im Spiel nicht merke. Und das sind so Herzschläge zum Beispiel. Natürlich setzt das irgendwie so ein bisschen die Akustik zugange. Klar. Ich bin grad... Ich... Also... Ich glaube, wir können tatsächlich da runter. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das erstmal der Weg ist gerade, den wir gehen sollten. Vielleicht gehen wir auch erstmal hier. Ich bin mir aber nicht. außer es ist überkabelstabiler also es müsste ja eigentlich überkabelstabiler sein das wäre ja schon ein bisschen noch eine Beobachter-Konsole dann kriegen wir doch schon mal einen Beobachter her das würde mich jetzt aber interessieren also ich gehe mal eben mit dem Beobachter hier ist auch noch eine Konsole was wo ist mir egal ähm wo ist denn jetzt der Beobachter die wir hier hatten folgt der uns nein wartet mal eben bitte okay da kommt auf jeden Fall war das jetzt etwa der den wir hä? hackst du das mal bitte? richtig? tatsächlich schon dass der feindlich geworden ist komm mit komm mal mit du bitte dich nur um diese Konsole kümmern na gut dann kümmer dich halt um diese Konsole warum das für ein Trick? hä? hä? achso hä? wenn da ein Trick bei ist verstehe ich den Trick gerade den Account guten Tag ja kurz krass ist wir jetzt die das das die Oder ist das unser freundlich Gesinn... Ich weiß es jetzt nicht. Ist das jetzt unser freundlich Gesinnter? Ich weiß es nicht. Ich bin hier gerade total verwirrt, was hier abgeht. Ja? Weiche haben meine Eltern? Das sind wieder die zwei. Meine Eltern haben auch einfach einen Schrott-Repeater gekauft. Das sind drei. Das sind vier. Hä? Das sind drei. Keine Ahnung. Ich finde es halt irritierend, weil man nicht mitbekommt, ob es überhaupt irgendeinen Einfluss hat. Was dadurch wohl ausgelöst wurde. Ja, dass wir weitergehen dürfen. Hä? Hä? Ich bin ver... Ich habe hier vollkommen die Orientierung von... Wirklich, ich habe hier vollkommen die Orientierung verloren. Ich gehe jetzt auch einfach die unkonventionellen Wege. Das kann wohl auf einer mehr. Okay. Vielleicht haben wir auch das eine damit aktiviert, was... Ich weiß es nicht. Ich bin... Ich weiß überhaupt nicht, was ein Access Point tatsächlich macht. Wahrscheinlich hat man dadurch Access zu irgendwo. Aber ich habe keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Was ist hier jetzt? Hä? Oh. Ich glaube nicht, dass wir hier fertig sind. Wir haben unseren coolen Freund verloren. Der wollte nicht mit. Vielleicht ist der auch noch drüben. Ich... Keine Ahnung. Es verwirrt mich hier gerade wirklich alles. Vor allem, was ist das mit diesem Nebel? Das ist so... Das ist noch so ein Ding, ne? Ist mein Beobachter jetzt hier und ist jetzt feindlich auf mich gesinnt, oder was? Nee. Ich weiß. Ups. Da war es einfach. Ob das jetzt so intelligent war? Nein, nein. Das ist es nicht. Oh. Du kannst dein Netzwerk ausweisen. Der Router steht ja zum Beispiel im Keller und ich habe ein Kabel hier bis hier oben. Rote Ausbeziehungen, das hängt hier am Exemplar. Ach so, ja, 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 ja. Dann weiß ich viel. Okay, dann verstehe ich das. Oh mein Gott. Ach so, wir haben zu viele davon. Ja, okay. Dann verstehe ich das, Iris. Ich bin nicht manchmal klug. Und ich möchte auch nur manchmal klug sein. Ähm, gefühlt. Also, hier sieht alles gleich aus. Ich bin, ach so, das ist das, was ich nicht einsammeln kann, weil ich das nie hacke. Und hier ist eine Tür. Ja. Ich habe, warte, ich habe noch nie einen Tiger gescannt. Lol. Okay. Hätte ich jetzt selber nicht gedacht. Ähm. Guck mal, hier oben sind, hier sind keine Konsolen. Hier ist nichts. Praktisch. Hä? Hä? Oh. Okay, wir haben eine. Okay, wir werden verwirrt. Ich bin wirklich verwirrt. Also, Uran haben wir gefunden. Ähm. Ja. Demin geht es hier gerade faktisch nicht weiter. Gut, dass ihr aber durch diese Konsolen auch reingeht. Finde ich super. Finde ich wirklich gut. Ähm. Ja, keine Ahnung. Wir gehen mal auf die andere Seite. Oder ist hier noch was? Haben wir das schon gescannt? Ja. Ja, ja, ja. Ich meine, es wird ja auch letztendlich einen Grund geben, warum, ähm, ja, warum hier noch so einer ist. Aber, ich sage auch hier, wo? Ich habe ja jetzt keinen Beobachter mehr dabei. Aber, solange wir hier weitergehen können, ist alles okay. Ich glaube nicht. Tatsächlich ist ein Brecher mit einer der gemeinsten Viecher. Habe ich das schon mal gescannt? Anscheinend. Anscheinend habe ich das schon mal gemacht. Ich weiß auch nicht, ob das so ein Standard, also wirklich, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das so ein Standardgebäude hier ist. Oder sonst irgendwas. Kann ich hier irgendwas scannen? Ist hier noch eine Glüfe? Ich weiß auch nicht, ob die eine Glüfe, die ich da gerade gescannt habe, die einzige ist. Oder ob ich hier irgendwo noch mehr Glüfen hätte scannen müssen. Das habe ich jetzt überhaupt nicht... Warum auch bedacht. Wir gucken einfach mal, ob wir hier irgendwie weiterkommen. Ja, vielleicht ist das Körper zu suchen. Das ist Relikt. Das könnte hässlich werden. 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 Was ist es? Oder ist es? Ich lasse gerade mal ein bisschen... Also, der Trick ist hier gerade ein bisschen dabei, natürlich die Schütze von diesem Monster-Fee kaputt zu machen. Darum kümmern sich halt so ein bisschen meine Leute gerade. Und eigentlich müsste ich dann halt mich mal um den Rest kümmern, damit meine Leute... Weil, ja, Joel Baby tatsächlich gerade schon gestorben ist. Deswegen ist es natürlich nicht so schön. Die Beobachter sind halt so das, was so ein bisschen hart zackt gerade. Deswegen, ich mache das mal eben schnell weg. Soweit es mir eben... Ich habe ja gerade schon jemanden verloren, das ist halt so ein bisschen mies. Das wird nämlich gerade halt wirklich hässlich. Ich habe halt auch gerade keine Barrier Males. Aber Joel liegt witzigerweise. Es kann sein, weil ich... Es kann sein, dass der gerade so ein bisschen ausrastet, weil ich halt keine Geschütze mehr habe. Also, weil er keine Geschütze mehr hat. Und er kann faktisch nur noch das machen, was er gerade macht. Und ich wette, wir müssen halt das Geschütze erstmal... Also, den Großen hier wegkloppen, damit der aufgeht. Warte. Kann ich hier einfach hier dran gehen? Nein, Betray ist jetzt tatsächlich tot. Hä, was ist das denn für ein Riesen-Charakter? Er kann aber faktisch nichts mehr machen, wenn man nicht nah genug drangeht. Ist nicht das richtig? Aber faktisch ist auch gerade... Ja, er kann nur noch diese... Das ist schön, dass er nur noch das kann. Hört auf, mich anzuschießen! Oh mein Gott, er setzt sich wieder in Bewegung. Wir haben ihn wieder getriggert. Okay, Joel, ich müsste eigentlich nur noch dieses Riesenvieh kaputt machen. Was so total freudig auf dich zuläuft. Das ist schön! Lauf heute auf uns zu! Es ist... Es ist gerade so anstrengend! Warum? Alter, hab ich das jetzt nicht durchgezogen. Oh mein Gott! Alter, die Beobachter nerven so! Geht doch einfach bitte sterben! Also wirklich! Geht einfach! Vor allem... Oh! Ich brauche gerade eine Barrier! Ja! Ja! Soll ist jetzt tot! Okay, cool! Guck, Isa, jetzt... Ey, ich weiß es nicht! Es dauerte gerade Ewigkeiten! Haben wir jetzt hier endlich Ruhe, ja? Iris, guck das, was du möchtest! Oh mein Gott, war das anstrengend! Holy moly! Sieht aus, als bräuchten wir dafür einen Beobachter! Oh! Gibt es hier wenigstens Blut von dem Großen? Hallo! Hallechen-Boll! Schön, dass du da bist! Alter, das war das Behindertste, was man jetzt hätte machen können! Vor allem ist es auch so dreckig! Also, da hätte ich ja besser die Geschütze! Ich hätte halt nicht gewusst, dass die halt alle in Nahkampf überwechseln! Und es war halt mit den drei Beobachtern, die du immer auf deinen Fersen hattest, total anstrengend, weil du halt dieses eine Vieh... Die Frage ist, wenn ich jetzt die Fräse aktiviere... Ich habe mir halt ein bisschen Angst, dass wir gleich hier erstmal wieder panisch rausrennen müssen! Da ist Wolf gesagt, ein Traumbildbar! Bitteschön! Oh geil, wir haben tatsächlich die letzte Glyphe!